Was glaubt ihr hat das Outfit von Bella Hadid gekostet? Sie ist momentan Most Wanted Model on Earth My name is Bella Hadid Und Fashion-Inspo für viele von uns Weiß auch nicht, warum ich noch keinen Outfit-Check von ihr gemacht habe Anyways, ändern wir jetzt Dieses Reel hat Miss Hadid im September gepostet Fühl ich hart, checken wir jetzt ab Jumpsuit aus Sam von Saint Laurent für 3590 Dollar Vinyl Platform Heels auch von Saint Laurent für 1050 Dollar Dann trägt Bella noch drei Statement-Armreiben, die dem ganzen Look so eine kranke Power geben Und natürlich ist es Bella Hadid Nummer 1 das Snake Bracelet in Gold für 650 Dollar Dann dieses Gold-Armband mit Knoteneffekt für 995 Dollar Und als letztes dieses Chunky Messing-Armband für 1050 Dollar Macht insgesamt ein Outfit im Wert von 7.375 Dollar Und seid ehrlich, habt ihr richtig geschätzt?